Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Voldemats 9 the Sky Ich habe zuletzt noch die Thermo-Generatoren gemacht wie man sieht, habe ich auch schon schön angeschlossen ich habe die besseren Tables mal gecraftet damit da auch mehr durchkommt und ich habe mal eine Energy Cell gemacht von Power, die kann 10 Millionen FI halt, das ist ganz gut, oder? 10 Millionen ich glaube, unsere oben, unsere ähm, die kann 16, oder? wo ist die denn da? ich glaube, die kann 16, ja ich wollte die ja mal ausprobieren genau, mal gucken was sie können wie die aussehen ähm, ja heute diese Episode werden wir das nicht das auch nicht erstmal ein Model Framework craften weil wir wollen ja von den Slime diese Slime-Dinger haben damit wir unsere Lillipads craften können die Fertilize Lillipads oder whatever habe ich kein Rezept für Repeater jetzt habe ich aber eins die kopieren auch noch Smooth Stone die haben natürlich wieder kein EMC Wert alles klar alles klar viele brauche ich jetzt nicht dafür nur einen habe ich alles dafür genau von dem brauche ich eh ein paar mehr meine ich wenn das jetzt die richtigen sind mit right-click on an entity to build a data model genau wenn wir jetzt rechts dick darauf machen auf dem Mob bekommen wir die Daten von denen aber ich brauche noch was anderes ich glaube Learning Mob Pub könnte das sein ich glaube das könnte sein dass ich den auch brauche Obsidian brauche ich noch Deep Learner weil wir jetzt richtig verstanden habe müssen wir genau in order to train the model you must deliver the Kling Blow Slimes bekommen genau Slimes brauchen wir 4 Slime Bellator, Stone und Dirt ja 4 Slimes wird nicht reichen aber passt für das Air Force braucht nur Stone 2 4 2 1 ok 4 2 hm ich hab was falsch gemacht 1 2 1 1 nur passiert nichts braucht ja keine Power oder hab ich ja irgendwelches Summoning Alter da muss ich 1 hin reingeben das kann sein 1 ne da muss ich irgendwie auf die Reihenfolge achten wie ich das ne kann nicht sein oder wirst du Piper Summoning Slime ach Milch ich brauche Milch ja man muss das Rezept auch komplett lesen ähm wir waren nochmal Kühe ja ey nicht wahr jetzt sind alle Kühe die ich hatte tot als ob was was kann ich irgendwie anders mit Milch bekommen ey ist das nicht wahr ja cool das sollte ich alles haben stone einmal hey bear einmal Leder Gras bone meal einmal Dirt einmal Clay einmal Grasblock und natürlich Weed einmal bone meal okay muss ich jetzt irgendwie nur Grasblock bekommen mhm bräuchte ich stone äh verziktas meine ich enchanter dark steel oh oi 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 Kohle obsidian ja gut vier ja gucken also vier kohle vier obsidian obsidian kohle dust rusher ja ok das geht und normales eisen nur wo ist denn mal alloy smatter das war mein alloy smatter oder primitive das sollte reichen meine Güte ich hatte doch zehntausend Kühe hier gehabt die rumgerannt sind äh ach ich hab schon einen gesammt ach mein gott ich bin schon so verwirrt können wir uns eine enchanter machen boom weiter winken weiter boom brauchen lapis meine ich ob das lapis dann überhaupt rein ja ist ok sli oh no warte ich kann slimes craften green dye brauche ich dafür ich hätte da oder habe ich schon da green dye und dough ach guck mal einen habe ich noch ach lime äh dann brauche ich noch mal einen slime reicht auch schon und guck auf quill ah was sind wir jetzt brauchen wir nicht auch federn für ingsex ey ich will doch nur ich weiß nicht ich hätte auch schickens auch auf der insel gehabt ach guck mal hier sind acht federn ingsex ingsex hab ich nicht ich guck mal kurz nach wo die squids spawn weil ich meine die spawnen nur im river das heißt wir müssten jetzt ein river-vion suchen weil sonst ich mach schon mal trotzdem ich mach mal hier eins voll mit wasser vielleicht haben wir ja glück und spawn eins das wäre nice weiß nicht wie tief sein muss ich guck mal kurz ob die die spawnen könnten ocean oder river planes ist das planes 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 es gibt doch ein natures kompass oder ne ich will doch nur ne kuh haben man ey that is not found not found alles klar alles klärchen ich wollte doch nur milch haben ich habe jetzt eigentlich meinen silk touch schon bekommen mal ah ja ich ja stimmt ist da gibt es da echt kein anderes crafting rezept für ne animal rancher ne ja da bräuchte aber auch erstmal kann hier dirt reinpacken und hoffen dass sie spawnen ich weiß nicht ob die ähm auf dirt spawnen oder oder ob die auf dirt spawnen können wenn nur auf krass nur eine kuh warte ich kann ich nicht die squid spawnen warte geht das ne cheap kann ich kann alles katze picklage atm star kuh ne biene fuchs kann ich auch wolf kann ich auch das habe auch nur noch zum krasse bekommen er braucht immer noch milch alchemietable wir testen uns jetzt hier durch leute weil sonst waren doch hier immer kühe das ist hier nur so ein dummes schwein dark oak ist das nicht egal was für ein holz das ist hier brauchen wir erstmal ein blatt alter blut alter alles klar hier jetzt muss ich den füllen mit blut ähm blatt magic ist das gibt es doch nicht irgendwie so einen dagger meine ich oder dagger of sacrifice ne das kann nicht sein blatt holz holz ah sacrifice dagger da der jetzt kann ich doch ne aha ich weiß halt nicht voll leer ist er auf jeden fall ist da ein bisschen was drin ich wollte jetzt das machen das heißt ich brauche irgendeine art von holz oder black oder black passiert überhaupt was ne mit denen nicht es ist noch zu voll also zu leer kann ich es benutzen dafür magic schick ah ich brauche ja die smooth astone zwei davon da passiert jetzt auf jeden fall was aha alles klärchen acme table oh damit kann man ein gras machen grassblock dirt baumier seed ähm orb tier ist not high enough ok dann brauchen wir anscheinend erst ein orb äh oh meine güte orb was für ein orb slimeball danke ich brauche davon zwei wenn ich denn in der quest weitergehe rechts klick braucht er noch blut ich glaube der braucht noch ein bisschen blut von mir das nur für eine kuh leute ich opfer mich selbst nur für eine kuh ach da den brauche ich ein diamant ok fahr ich noch ein bisschen blut rein ich glaube das reicht ich sehe halt auch nicht wie viel blut jetzt drin ist wie viel lp steht da irgendwas dabei das ist der prick auf den finger not bound aua es sind ok es ist verbunden glaube ich ah hat er jetzt ich mach ein paar mehr ruhig hab ich noch seeds melon seeds hätte ich ne ich weiß nicht ob melon seeds funktionieren dann gucken ich parkiere einen grassblock hin dann einen grassblock hin aber ich hab jetzt alles eine kuh ein grassblock ein grass so doch stone auch able leather und den clay block hier auch dirt einmal bone hier und dann eins also eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht ja und es funktioniert hat auch lange genug gedauert für eine kuh damit ich jetzt einen slime machen hier mal da jetzt mal da das ist halt echt immer so wenn man was braucht dann ist es halt nicht da jetzt wie mit der kuh natürlich so ein kleiner den muss ich jetzt hier reinpacken bounce bounce is bounce zwischen upgrade to basic in sex skills dann droppt dann nicht mal slime da hast du noch looting drauf oder nicht looting 4 hier wäre looting 5 drauf ok mit dem bounce bitter mache ich das dann wir wollen ja nix verschwenden hat er den einmal konsumiert was für ein frech dachs weiter guck mal jetzt droppt da jetzt sollten wir sehen dass er jetzt sagt 4 kills upgrade to basic in 4 kills meine güte viel zu kompliziert das waren es 3 oder 4 4 vielleicht gibt es eine andere variante um besser an slime zu kommen jetzt reicht es natürlich nicht mehr ricomart das heißt wir brauchen mehr lime cream können wir uns dann machen und noch einer dann haben wir es geschafft vor allem nur wir sind slime bekommen hust hust ähm dann wird das fertig ey es hat länger gedauert als gedacht wegen der milch mein ganzer zeitblatt genau wir haben jetzt einen deep learner was sagt er mir jetzt eigentlich genau ich könnte den natürlich jetzt noch upgraden aber wir haben jetzt erstmal basic und jetzt brauchen wir ich weiß ich gar nicht wie das ding heißt weiter ob ich noch gar nicht nachguckt weil ich denke so schwer kann es nicht sein die maschine brauchen wir simula der simulation chamber der hört sich gut an den nehme ich jetzt den baue ich jetzt ist doch nicht wahr ich habe nichts warte 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 wir gehen mal eine etage tiefer weil hier ist mehr strom wenn ich den jetzt hier reinpacke dann arbeitet der aber cannot begin some nation missing input prediction matrix prediction matrix leute wir sind in der fucking matrix ähm endertragen okay die brauchen wahrscheinlich dann slime prediction matrix den packen wir hier rein loading model vom chip memory sequence prediction failed okay aha 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 ja und damit kann ich dann aha oh mhm dann kann ich ender prediction machen okay aber ich wollte doch die slime perle dann brauchen wir slime predictions für slime predictions loot fabricator loot fabricator brauchen wir auch noch fabricator ach ich habe kein obsidian netherride ingots okay okay ancient temporary kommen wir doch durch sifting mit crushed black stone okay erst mal dann crushed black stone compressed black stone da mhm lava with water ist okay das können wir machen das sollte jetzt kein problem sein auch ein eis sogar blue ice freezing freezing core freezing machen wir mal mit so'n freezer ne freezing das ist von forcecraft aber ich brauche ne freezing core oder wie oder was okay äh keine ahnung wie komme ich sonst an black stone nether essence stone essence stone essence ist nicht schwer bei e2 weil ich muss dann noch den nether seed machen nether aklo okay alles klar kommen wir gleich drum komm mach ein bisschen platz hier für stone davon brauche ich nicht mal wir können es ja aufteilen hälfte hälfte erstmal eine reihe mit stone so eine reihe voll mit stone seeds ok nether things booms sand soul nether prick nether ward wann brauche ich 4 stück habe ich nether pricks habe ich jetzt nicht aber kann ich doch kann ich machen so sand hm ach guck mal kann ich craften kann ich craften Leute ich kann es craften habe ich send im hier ach Leute ah das ist ah ne kann ich nicht craften aber ich habe doch hier oben meine ja guck wie ich ein stack mit dfd da rein nether wards habe ich auch ich glaube einen brauche ich sogar nur ne ich brauche 4 aber ich ja ich bekomme nur einen raus ah netherrack brauche ich auch ah das ich dachte zweimal nether soul sand aber gut das ist kein thema kein thema für mich vielleicht habe ich jetzt noch ein rezept übersehen wie ich das einfach craften kann blackstone aber ist jetzt nicht schlimm 1 2 3 4 und nether seeds ich muss ja erst daraus crushed und dann also ancient debris 2% bei string 3 5 6 10 mit ne ok gut das habe ich natürlich noch nicht 6 das heißt 100 also 2 stacks an broken blackstone brauche ich ungefähr ja ich habe 6 stacks kann ich das ähm nur so als frage automatisieren automatisch aber ich kann das ja auch kompressed vormachen noch nicht bevor jetzt hier was falsches sage austesten ja ok ich habe diamond meshed reingepackt packen wir die crush dinger da rein und hoffen wir dass wir genug ancient debris bekommen wir bekommen blackstone pebbles wait 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 ach ein schnipp ok merkwürdig dass wir die ganzen pebbles daraus bekommen bei 30 haben wir schon ok ich dachte magma cream kommen wir auch 40 stück na genau praten dann müssen wir das ja vielleicht bekommen also jetzt bekommen wir dann äh leather right scraps draus das können wir dann so leather right machen hier 4 ich habe schon wieder vergessen wo ich damit hin wollte ich wollte doch slime predictions bekommen da ja genau loot replicator brauchen wir noch äh hier stück erstmal mit ein bisschen gold können wir das machen loot replicator boom jetzt habe ich keine ahnung ok loot replicator da bekommt ach guck mal da packen wir dann diese äh predictions rein und dann sollten wir die items wir haben wollen bekommen wir wollen die slime predictions und wir haben auch slime predictions und jetzt haben wir jetzt glaube ich eine chance von wie viele möglichkeiten gibt es drei oder kann man nicht auswählen was man bekommt man kann auswählen ah guck mal ich dachte jetzt kommt random was raus aber ne wir haben 8 davon schön 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 und jetzt können wir die lilypads machen da lilypads auf als erst ach rip und ok warte hol ich mein mein lootchen also viele habe ich davon gar nicht ah jaja ich dachte ich hätte mehr ähm katalysator ok doch ich habe ein paar davon drei brauche ich eins zwei drei drei ok nature essence oder gibt es eine andere möglichkeit moos moos ähm joa ist eine möglichkeit nature seeds ist tier 2 nature aggl hm ist doch nicht möglich potatoes ähm warte ich mal an hab ich pump oh pumpkins das muss ich mal gucken ob ich die habe pumpkin seeds habe ich jetzt leider nicht meine güte hau ab ähm müssen pumpkins sein kann ich irgendwoher pumpkin seed bekommen ja durch erde ich sehe grad ich kann es gar nicht beschleunigen dann machen wir nochmal die nature seeds ich weiß auch gar nicht warum ich jetzt nature seeds craften wollte naja lily können wir erstmal hier austesten ok das es gibt natürlich ein besseres setup das habe ich auch gesehen von ich weiß gar nicht wer das jetzt genau erfunden hat das ist hier meine ich auch drin wenn man wir holen jetzt immer unsere belohnung ab unter agriculture geht ist auch hier dabei oder nicht weiß ich nicht ganzes bild davon na hab ich vertan aber hier steht das meine ich weil ich glaube das war im neun mal neun feld werden die ja wachsen ja schneller und dann kann die ja drunter platzieren meine ich die lilypads 0 9 fällt bei neun mal neun bei neun speeds up crops ok stehen nicht dabei aber ich meine das war im neun mal neun mal neun fällt ich glaube das war es auch nochmal mit der episode wir sehen uns dann beim nächsten mal bye bye